Also ich habe jetzt hier ein Gewinnspiel, der Erwartungswert soll minus 1 sein, ich setze 10 Euro und zu 50% bekomme ich 0 Euro und wie groß muss die Chance sein, also wie groß ist das Alpha für 50 Euro und für 5 Euro, wenn der Erwartungswert minus 1 Euro ist. Das ist die Aufgabe. Das ist hier die Auszahlung, der Gewinn, den schreibe ich anders auf. Wenn ich keine Auszahlung kriege, ist der Gewinn ja minus 10 Euro und wenn ich nur 5 kriege, ist der Gewinn minus 5 Euro. Ja, hört sich ein bisschen domisch an, negativer Gewinn ist aber so und hier habe ich plus 40 Euro Gewinn. Und der Erwartungswert soll negativ sein, wenn bei so einer Aufgabe dasteht, das Spiel soll fair sein, dann ist der Erwartungswert genau 0. Dann wäre es für beide Seiten fair, aber es ist ein Glücksspiel, Glücksspiele sind nie fair, die Bank gewinnt immer, dieser Satz bedeutet, der Erwartungswert ist minus. So, und wie gehe ich ran? Ich habe da so zwei Bedingungen. Ich kann das hier mal so hinschieben, da hinschieben, genau. Also ich habe hier die minus 10, die minus 5 und die plus 40, das ist hier mein Gewinn. Ich kenne die Wahrscheinlichkeit hier, das ist 0,5 und das kenne ich nicht, nenne ich mal p und q. Und ja, das ist der Gewinn und die Wahrscheinlichkeit. Und ich habe hier so ein Problem, so ein klassisches Problem mit zwei Unbekannten. Und muss jetzt diese Info mit dem Erwartungswert auch noch reinbringen, genau, damit ich da irgendwas ausrechnen kann. Ja, und hier schreibe ich noch, ich weiß Folgendes, zusammen sind es ja 100%. Und aus dem mache ich jetzt eine Gleichung. Also 0,5 plus p plus q gleich 1,00. Also das ist hier so meine Gleichung. Ich habe erst eine Gleichung, zwei Buchstaben. Ich muss jetzt eben noch aus dem Erwartungswert die zweite Gleichung bauen. Also, bei dem Erwartungswert habe ich Folgendes. Das ist minus 10 mal 0,5 plus die minus 5 mal p plus die 40 mal q ist minus 1. Beim Fernspiel eben 0. So rechne ich den Erwartungswert aus. Also immer so die minus 10 mal 5 mit 0,5 minus 5 mal die Wahrscheinlichkeit plus 40 mal die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist es zwei Gleichungen, zwei Unbekannte ausrechnen. Ich kann eben aus, jetzt ist es nur noch so rechnen, wenn ich hier so, wenn das die erste Gleichung ist, und das ist hier die zweite Gleichung, müssen wir wegschieben, genau. Aus der ersten Gleichung kann ich sagen, q ist gleich 0,5 minus p, mache eine Klammer und setze das für q hier ein und erhalte minus 10 mal 0,5 ist minus 5, minus 5 p plus 40 mal 0,5 minus p, Klammer 2 ist minus 1. Nur noch rechnen, so minus 5, minus 5 p plus 20 minus 40, 40, 40, 40, 40, 40, so. 40 p gleich minus 1, dann habe ich minus 45 p ist plus 15 minus 6. Genau, p ist dann, also dividiert durch minus 45, 16, 45, das habe ich auch irgendwo in den Taschenrechner eingetippt. Genau, und dann bekomme ich für p ungefähr 0,36 gerundet, 0,36. q ist dann hier, da oben, ja, q ist 0,5 minus p, q ist dann ungefähr 0,14. Also zu 14% brauche ich, kriege ich den Riesengewinn und zu 36% kriege ich nur 5 Euro. Jetzt war noch der Winkel gefragt, ja, der Winkel Alpha, so, Alpha, Doppelpunkt. Da mache ich einfach, dünneren Stift, hier, 0,14, 14% von 360 ist 0,14 mal 360 Grad. Was hatten wir denn da, 50 Grad, ja, und bei p habe ich dann 130 Grad und das war die Aufgabe. Also ich habe hier p, ich habe hier q und das ist gesucht. Und jetzt weiß ich, wie ich mein Glücksrad bauen muss. Also ich kenne die, hier sind wir, ich kenne jetzt die Winkel, die ich da einmalen muss, damit ich mit dem Glücksrad im Schnitt bei jedem Spiel im Schnitt 1 Euro Gewinn mache.